Grüße dich, mein Name ist Timon Schneider und ich bin stolzer Inhaber von dem Friseur aus der Kurstadt Bad Säckingen. Und jetzt, kommen wir mit rein und lernen unseren Premium-Salon Timons Kopfschmuck kennen. Meinem Team und mir ist es ganz wichtig, den Maximalwunsch von dir erfüllen zu können. Deswegen schauen wir auf mehrere Elemente, gerade bei der Erstberatung. Wie oder welcher Typ bist du? Wie sieht deine Haarstruktur bis jetzt aus? Und welche Pflegegewohnheiten hast du bis jetzt zu Hause? Das Ganze rundet unser Erstgespräch bei der Beratung mit dir ab. Wie wäre es mit einer Typveränderung? Wir lieben Färbungen und bilden uns auf diesem Fachgebiet stetig weiter. Wir sorgen dafür, dass du dich rundum wohlfühlen wirst bei uns. Und jetzt klick doch auf den Link und vereinbar noch heute einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf dich!